Yo Leute, Peace, ich bin's Maurice. Heute gibt's mal ein Video zusammen mit... ...Chan Luca. Und heute gehen wir zusammen in Swiss Miniature. Das ist eine Schweiz aufgebaut. In der Schweiz, einfach in kleiner. Steht in Tessin und wir gehen jetzt dorthin. Viel Spaß mit diesem Video und genießt diese Montage. Das ist ein Video. Das hier ist die Wispi-Natur. Es ist mega cool mit Morris. Ich war auch schon mal hier. Es ist schon vor 4 Jahren und es ist mega cool. Das Wispi-Natur gibt es schon seit 60 Jahren. Das hier ist die Wispi-Natur. 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 Jan-Luca, wie fandest du das Swiss Miniatur bis jetzt? Tipptopp. Tipptopp? Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Geil. Es ist gut gewesen. Gut. Wie Gurke. Mit G, G, G. Und Gurke fängt auch mit G an. Wir sind gerade in Melide. Das ist ein kleines Dorf in Tessin und wir stehen gerade auf einem Fußballplatz neben dem Swiss Miniatur. Genau. Und jetzt gibt es eine schnelle Rundführung des Dorfes. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja du kannst mehr. No Mate, ich bin. Wir sind lange diese Rund удар. Und ich bin sehr sehr leicht. Man hat sich eine andere Richtung, aber Puede sein kann. Sure sindrägende zumicing und dieser Kinders wie z Ice aren't Untertitelung des ZDF, 2020